Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich mal die Appadventure-Drange, heißt die glaube ich. Und zwar ist das ein Spiel, wo man... Und zwar ist das jetzt... Und zwar ist es ein Spiel, wo man Pfeilenbogen spielt. Ja, das sieht man auch schon. Und war eins. Und zwar ist es der, der die meiste Punkte hat, der gewinnt halt in dem Moment. Oder bekommt halt in dem Moment einen Stern. Das ist jetzt eine Finale. Finale-Runde. Genau. Und wenn derjenige, der halt einen Volltreff hat, so wie ich jetzt zum Beispiel, der gewinnt dann. Also manchmal hängt das Spiel auch, das will ich euch dann abraten, weil so wie jetzt zum Beispiel, der schießt ihn jetzt zum Beispiel gar nicht. Und jetzt ist natürlich die Zeit abgelaufen für ihn. Da hat er verloren. Und ja, die Zeit zieht man oben in dem grünen Button. Und wenn er die ganze Zeit runter geht. So viel Zeit hat man noch. Jetzt habe ich einen Stern. Und der hat dann verloren. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Also wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt, könnt ihr euch gerne einen Like hoch machen. Mit dem Daumen hoch machen. Und ja, mir folgen oder abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.